Wenn Du in die Kneipe gehst und hast Dein Sixpack Bier dabei, dann ist das quasi wie Eulen nach Athen tragen. Wenn Du mit Deinem Profi-Liner aber JWD, also Jannenswald draußen, quasi am ADW abladen musst, ergibt es durchaus Sinn, dass Du Deinen Stapler dabei hast. Und dieser Mitnahmestapler muss natürlich amtlich korrekt und sicher am Heck Deines Fahrzeugs befestigt werden. Und hier ist sie, die komplett überarbeitete Staplerhalterung aus dem Hause KRONE hier und heute zu sehen auf dem Hof von Paul Schocke-Möhle Logistik. KRONE favorisiert aus guten Gründen auch weiterhin KTL Plus Pulver für unsere 10.000 fach bewährten geschweißten Fahrgestelle. Wenn es aber gilt, geschraubte und somit zueinander bewegliche Stahlbauteile vor Korrosion zu schützen, ist eher Feuerverzinkung angesagt. Dank der gewählten Schraubkonstruktion sind die Anbaustützen 150 mm Höhenvariabel und die Mittenabstände der Staplertaschen in der Breite flexibel. Somit finden alle Stapler von Moffett, Palfinger und Terberg bis zu 2,7 Tonnen Staplergewicht die für sie passenden Abmessungen. Achtung! Die Laufradgröße ist auf 27 Zoll begrenzt, da mindestens 380 mm Bodenfreiheit unter dem Rad verbleiben müssen. Die Staplertaschen selbst gibt es in zwei Ausführungen. Die Länge ist jeweils 1200 mm, aber Breite und Höhe variieren, wenn Ausschubgabeln untergebracht werden müssen. Der Anschlag der ausziehbaren Holmhalterung ist je nach Staplertyp variabel einstellbar. Mit der optionalen Bedienstange ist es leichter, die Ausziehholme zu entriegeln und herauszuziehen, wenn der Stapler bereits in den Staplertaschen hängt. Und falls du einen pneumatischen Ausschub der Holme nachrüsten möchtest, haben die KRONE Konstrukteure den dafür notwendigen Bauraum schon eingeplant. Ein Staplergewicht bis zu 2,7 Tonnen im Heck des Fahrzeuges erfordern natürlich entsprechende Kontergewichte an dessen Stirnwand. Und zwar je nach Staplertyp ein oder zwei Stahlplatten von jeweils 550 kg Gewicht. Die Stahlplatten werden mit Klemmhaltern an den in der Stirnwand vorhandenen Zurpunkten verschraubt und am Boden mit U-Profilen gesichert. Auch die neue Staplerhalterung ist wie bei KRONE üblich durchdacht bis ins Detail. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017